Hallo Freunde der englischsprachigen Unterhaltungsmusik. Hier spricht Micha jetzt auch in bewegten Behörden, um es dem Erwig ein wenig leicht zu tun. Ich melde mich hier aus dem Hotel El Jazeir in Algier im wunderbaren Land Algerien. Wunderbar zumindest was das Wetter angeht, denn das Wetter ist hier die absolute Bombe. Immer so um die 30 Grad und es wird noch wärmer, denn hier ist noch nicht ganz Sommer. Ich freue mich schon auf die verkürzte Arbeitszeit, die es bei uns gibt zum Glück. Was gibt es noch zu sagen? Ich lag am Wochenende, welches hier von Freitag bis Samstag geht, zwei Stunden lang am Pool, hat mir natürlich gleich einen extremen Sonnenbrand geholt, hat sich die nächsten zwei Tage auch beim Duschen bemerkbar gemacht. Ja, ich gehe duschen. Und das war es mir aber wert, denn ich werde hier schön braun wieder aus dem Lande irgendwann mal rausgehen. Also braun an Farbe natürlich. Ich versuche demnächst mal ein paar bewegte Bilder von Alger aufzunehmen, damit ihr ungefähr einen Einblick habt in die Stadt, wie das Panorama aussieht. Auf Arbeit läuft es ganz gut, ist momentan ein wenig stressig, weil das alles neu für mich ist und ich eingearbeitet werden muss, aber das wird schon klappen. Da bin ich optimistisch. Und ansonsten werde ich mich demnächst nochmal melden und wünsche euch aber weiterhin viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht und empfehlt unsere Seite weiter. Haut rein, ciao!